Und jetzt meine Expertise bezüglich der Kartoffeln, ich hörte von meiner Oma aus Dortmund, ja man solle die Kartoffeln um die 20 Minuten im kochenden Wasser kochen lassen, also nicht ganz auf voller Hitze, man sieht es jetzt hier glaube ich, ach auch hier und ja, was soll ich sagen, dann kann man so ein Messer reinstechen oder eine Gabel und wenn die Kartoffeln da runterrutschen, dann sind die Kartoffeln fertig, das sagte mir meine Oma so und ich glaube es stimmt, es stimmt, es stimmt.